Klaa, hast doch gesehen, du warst hieeeen! Ich verändere gerade nur was. Aber jetzt muss ich gleich nochmal loszuckern. Ooooooh! Egal, wenn wir in 24 Minuten einen kurzen Cut machen, dann passt das schon. Aha. Lust. Du musst auch was besorgen. Ja. Hat sie dir das gerade gesagt oder geschrieben? Ich weiß ja, dass wir beiden Perücken aufhinden. Hat sie es dir geschrieben? Hm? Dass ich noch holen kann. Aua! Was soll'n das? Hä? Gar nix. Ich mach du nix. Okay. Ich hab kein Essen, das kann nicht wahr sein. Hehehehe. Eine von den Puppen kommt schon mal mit. Ich hab mir mal das Glas hier jetzt ausgetauscht. Ich find das viel besser, wenn man ordentlich durchknappen kann. Ohne dass da immer was dazwischen ist. Es ist gut, dass wir Tinkers drauf haben. Ja, das werde ich dann auch. Ja, alles klar, zwei riesige Slimes, die mich abhalten, die Treppe hochzulaufen. Da muss ich die Fiche jetzt markieren. Vom Gewächshaus fehlen ja auch noch ganz viel Glas drunter. Das Ding ist auch noch nicht fertig. Monster ist nie bei, Alter, ist nicht euer Ernst oder so, ne? Schade. Boah, allmählich nervt die Slimes echt. Wo kann ich denn jetzt nicht pennen? Welches Monster? Fick, fick, Ding ist denn in der Nähe? Und es kommen noch mehr Slimes. Ich hab keinen Mann zu gesehen. Stirbt. Okay, alle tot. Aber es gibt halt ganz schön viele Erfahrungspunkte. Oh, da ist ja noch ein riesiger Slime. Wollt ihr mich verarschen? Nicht lustig. Die Nerven ganz... Bäh. Die Nerven grad ganz schön... Nervensegel. Darf ich? Die Nerven ist reingesteckt. Auf das. Okay. Die Frage ist jetzt... Funktioniert das denn auch? Weiß ich nicht. Jetzt. Die Nerven tänfte. Oh Scheiße, ich hab keine Eimer... Sonst muss ich das anders machen. Die haben wir, die haben wir. Ja, ich glaub so pumpt er das nämlich nicht draus. Ja, reicht die Pumpe dafür? So wird er das auf jeden Fall nicht machen. Oder soll er eine Pumpe mit Kohle nehmen? Okay, dann muss ich noch den Stein wieder ersetzen, richtig? Ja. Noch nicht schlafen, weil die Spinde mich bestimmt gesehen hat, angeblich. Mhm. Ja. Überleg, überleg, überleg. Ich frage mich, wie die Kühe da echt rauskommen immer. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch voll viele Kühe vorher da drunter. Ja, keine Ahnung, wie die das machen. Chemische Kühe, chemische Kühe. Blöde Kühe. Ja, wir können ja gleich nach zwei Stunden so Cut machen. Können wir gleich noch weitermachen. Überleg, 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 wie soll ich das denn jetzt machen? Hm. Oder du machst gleich eine halbe Stunde. Braucht gar niemand eine halbe Stunde, oder? Nein. Ja, die bleiben. Relativ fix, eigentlich. Ja. Gas. Ah, das macht Gas hier vorne. Wenn das funktioniert. Na dann. Wenn ich diese Stelle hier rausmache. Nicht Niesengas. So. Na gut. Hier mach ich das als Fähre. Ups. Wand reingebuddelt. Hier kommt dann Controller rein. Und baue ich die da. Das ist jetzt schlau. Die sollten dann auch hier rein sortieren können. Würde ich das so machen. Und dann halt einfach einen Hopper drunter. Und dann hier raus. Und das bei jedem Kabel. Das kann man ja so ran binden. Das ist ja nicht das Problem. Das funktioniert ja. Wenn das einzelne Kabel sind, die dann voneinander wegführen. Die kannst du ja mal dran anbinden. Ja. Die Frage ist halt. Zieht der Hopper das auch trotzdem raus? Jupp. Der Hopper zieht das raus. Alles klar. Das funktioniert schon mal. Muss ich den trotzdem nur sichern? Dass der nämlich den einen drin lässt. Zack, zack. Okay. So kann man es auch machen. Wir brauchen das für Redstone, für Kohle, für Lapis, für Gold, für Eisen. Letzten. Ja. Kupfer für Silber. Oh kacke ey, das ist zu kurz hier. Ich muss das in die andere Richtung machen glaube ich. Nö. Ich mach das ganz anders. Wirst du mal, wenn man überlegt, wie kann man das alles machen und dann kriegt man das später hin. So. Ich glaub das reicht von der Weite her. Mach ich hier aber nochmal eins höher. Oh du scheiß Gas. Nö. Du gibst mir grad echt auf den Zwirn. Geh weg. Nee. Das ist blöd jetzt gewesen. Nee. Ah nee. Ja, doch. Ja, ne. Ja, doch. Ja, ne. Ja, ja, doch. Ja, doch. Das sollte so funktionieren. Hm. Ähm, wo bist du gerade? Unten. Könntest du mal nach oben gehen und gucken, ob das mit der Lava passt, die jetzt da hinkommt? Ich bin hier gerade noch rumfummeln, deswegen. Ne. Ich fummel hier gerade noch rum. Ich schaue gleich. Kleinen Moment. So, dann kommt das noch runter. Dann kommt hier der Controller hin. Und hier kommen dann die... Ja. Und dann drunter kommen dann die Crafter. Und dann geht das so weiter. Okay. Muss ich mir die Dinge aber trotzdem erstmal bauen. Mit ein bisschen viel. Gott. Ob die Lava ankommt. Hm? Ja, im Tank ist Lava drum. Er füllt voll schon, oder? Ne, er füllt nur voll. Alle? Er füllt alle drei voll. Nach und nach. Okay, müsste ja alle vier vollen, aber... Ja, alle vier. Er füllt, aber er... Alle vier, meine ich, ja. Ich glaube, es so stehen, das jetzt hier. Ne, die Tanks füllen sich voll. Das ist erstmal so. Stein brauche ich ganz viel. Hm, ich brauche ganz, ganz viel Stein. Cobblestone hat. Hm. Ja, ganz viel normalen Stein brauche ich. Aber wir haben ja hier Cobblestone. Ja, auch nicht mehr viel. Nur noch unten was. Ja, und? Ach wohl. Doch. Ich bin halt gerade hier oben. Ich habe noch Cobblestone, den man umkreufe könnte. Also, wie der um mit dem Chisel umarbeiten müsste. Naja. Weil ich habe den mal... ...genutzt. Ja, ich mache gerade drei Stacks. Stein. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Growers brauche ich erstmal. Ja. Da ist er. Eins, zwei, drei, vier, fünf Diaz. Redstone. Redstone kommt bei Wait about another Quartz. Oh, brauche ich gleich noch mal zu? Hörst du Nether Quartz zufällig? Nether Quartz. Oben müsste was sein. Oben in irgendeiner von den vier Kisten an meinem Crafting Table. Okay. Gucke ich gleich. Sollte was sein. Da brauche ich nämlich... Warte mal. Eins, zwei, drei... ...vier... ...fünf... ...nei, warte mal. Dafür brauche ich einen. Da, da, da. Zehn von den... Zehn Stück brauche ich nämlich. Also acht Stück. Ja, acht Stück brauche ich noch. Ich mache gerade nur so viel, wie ich brauche. Erstmal. Hier? Ne, gerne von den beiden Kisten akkordet, wie ich vorstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wie gesagt, ich mache erst mal nur so viel, wie ich brauche. Komm, ich kann weg damit. Komm, ich kann weg, ich kann weg, ich kann weg, ich kann weg.